Kennt ihr auch das knicklich? Ja moin! Und Ruby hattest du Spaß wieder mit Valorant? Ja genau, sieht's aus Tropocari. Der sah gerade aus wie'n Bot. Wie sie dich aber auch nicht getroffen haben, ey. Ich bin doch schon gestunnt. A lot of steps, ey. Vielen Dank zu Kuna, danke für deine neun Monate. Okay, die pushen da alle durch. Was? Wie war der zweite kein Kill, bitte? Ich hoffe, es ist so toll. Gerade wie Schaden ich gemacht habe. Weiß nicht, 26 oder so auf Neon? Nee, 60 in dem Kopf. Lol. Ja, schade. Was macht denn unsere Jet? Aber da hinten dran, da weiter weg ist, den hab ich weggemacht anscheinend. Ja, das ist, also die Shotguns in dem Spiel muss man manchmal nicht verstehen, ne? Mhm. Also gefühlt ist das manchmal ganz wild irgendwie. Mhm, noch nicht. Also ich hab ganz am Anfang einen Monat gespielt gehabt. Okay. Wieso? Gib mir ähnlich. Ich bin ein Lobby, die suchen mich. Ja. Mhm. Ich bin echt alle weg von A. Mann. Hier. Kommen zurück, Achtung. Der Chamber, der lag hinten. Der hat nen Jet bei mir aufgestellt. Was denn? Nice. Der kommt noch alle zurück, Achtung. Deinen gab es noch 없. 30 Sekunden. sind wir zurück? T-Spawn? In 15 Sekunden wohin? Ja. Still C-Main. Ich glaube nicht mehr zeitlich. Ich glaube ich immer noch. Aber der Spike war hier. Was haben sie denn gemacht? Das ist ja ganz wild. Ich hätte niemanden. Ach der Radiant, genau. Der was? Der Radiant? Ja, ja, ja. Oh. Ja, wir können nur warten. Easy peasy. Brawl kommen. Die werden ja nicht durchpushen durch die Brawl. Okay. 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 Let's go. Oh, da leuchtet die Waffe doch, oder? Ja. Das einzige ist halt nur, Solo-Q ist schwierig. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist B. Danke. Danke. Nice. Oh, richtig schön, Mann. Jetzt leuchtet die Waffe. Ja. Die Champions-Wende, das finde ich immer noch einer der coolsten. Ja, Mann. Auf der Musik, also das Baller noch vorall. Hang it up, buddy. Ultimate ready. Plane. Niiiice! Niiice, well done. Macht der Phoenix erstmal ein Collateral, man. Ich bin nur der Meinung, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu inflationär das Ganze behandeln. Also, wenn zum Beispiel jetzt in einem Jahr zweimal VCT-Skins rauskommt, finde ich nicht gut. Ein Skin pro Jahr, weißt du? Das finde ich besser als Phoenix. Ich habe meine Sättigung ganz hoch geschraubt, tatsächlich, Ray. Wahrscheinlich wird es das sein. Die werden immer länger. Moin Karma, illegal löschen. Ich bin mal zum Frissel. Ich hoffe zu pushen. Ach, ich dachte nicht, dass die da schon noch ist. Ich habe das gestern irgendwo gelesen. Äh, es war aber nicht fantastisch. Keine Angst, Leute. Ich kann das mal raussuchen. Ich weiß auch nicht, wer gleich mitspielt. Also, ich habe jetzt gleich Achim, ich habe Diamant King, ich habe Tovokari und ich brauche noch eine Person. Ich werde gleich mal schauen, was für einen Rang Crunchy hat. Äh, was für einen Rang hätte denn deine fünfte Person? Ähm, meine fünfte Person wäre die ja eins, glaube ich gerade. Okay. Also das, was ich dir geschrieben habe. Was ist Elle? Was hat Elle für einen Rang? Elle ist Silver. Okay, okay. Tatsa, was für einen Rang hast du? Schön gespielt. Richtig schön gespielt. Ja. Musst du regelmäßig auch die Abschlüsse reinigen? Äh, ja, definitiv. Ja. Ja, das tun wir auch. Gehen wieder zurück. Haben keinen Bock mehr. Ja. Vielleicht A. Wo du geflasht? So ein Easter Egg beim neuen Butterfly geben, davon weiß ich nichts. Klärt uns gerne mal auf. Komm, 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 komm. Ja. Ich finde es so cool, dass wir sehr seriös runterspielen. Keiner pustet. Das war A, oder? Steps A. Two here, two. Nein, und sie swingt einfach. Nice guy. Stark gespielt, fand er. Omen wird C-Ulten. Der ist AFK. Oh, die gehen da, tut mir so leid, ne? Nee, keine Zeit mehr. Ist er AFK? Der ist wirklich AFK. Das ist so dumm einfach. Haben wir beim Best of Free, ähm, wir haben hier am Best of Free am Samstag. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ah, nice. Nice shot. Wie machen wir denn das, Leute? Jetzt gleich mit dem Rang. Äh, Tatsu, ich überlege gerade, ob du dich warm spielst oder Julia. Ja, weil ich glaube, es würde vom Rang her bei euch beiden gut passen. Wenn vier Duelists Instalock gelockt werden, weil man direkt merkt, dass viele Leute treuen wollen. Und man dodge, wird man dafür nun bestraft. Wie willst du es sonst ändern? Die, also, wie, wie möchtest du das dann, also, ich verstehe dich total. Und ich, ich, ich denke mir halt auch so, Riot muss halt alles Menschenmögliche tun, um, um es so ausgeglichen wie möglich zu machen. Aber, ich glaube, das, 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 das wird es halt nicht geben, so. Wisst ihr, was ich meine? Ganz schön. Genau. Aber, also, generell, äh, werde ich halt ja nur heute mit dem Rest dem Team spielen. Ja. Boah, hat sich jetzt einen Headshot kassiert, ne? Ja. We're for old. Äh, from KJ. Äh, from KJ. Oh. Lol. Junge. Habe ich gerade an der Stelle kassiert? Ah. Mhm. Okay. Right there. I've got your trailer. Hm. 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 One enemy remaining. Nice. 30 seconds left. I think he's going back. I play safe. Yeah, see, see, see. Yeah, I wait for you. So, he's here, Paul. I will, I will, I will wear that. Ah! Was? Die hat doch gerade, oh, die hat mich perfekt outplayed, ne? Ja, sie hat einfach nur reingeklapft, weggegangen. Shit. 9-2. Let's try this right. 5-3. 20-1. 20-2. 20-3. 20-3. I'll just fucking head up. 20-4. 20-4. 20-4. 21-4. 21-4. 21-4. Ich liebe Ratschi, Alter. Are these enough T? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Something on the door. Be right back. Sorry for that. Hier sind die Grafikeinstellungen. Lass es dir schmecken, Maverick, auf jeden Fall. Ich habe noch nie so einen entspannten Paketboten gesehen, wie den gerade eben. Ja? Ja, der ist einfach richtig langsam durch die Gegend geschlendert. Was ist denn da für? Das war beautiful und die Sky tut mir ein bisschen leid. Irgendwie gehen meine Schüsse nicht rein. Ich habe keine Ahnung, was da los ist mit meiner Ghost aktuell. Ich war richtig stark mit der Ghost. Immer Headshots schön gekickt. Nein, dort einfach nur so ein kleines Amazon-Paket da so. Ganz langsam. Richtig entspannt. Aber, ja, ich glaube, er hat genug Stress im Leben. Ja, auf jeden Fall. One behind. I think both are there, right? Sind wir beide? Ja. Eiei, hau mal. Der Cypher kann sich mal hinsetzen, bitte. Also, weil du dein ganzes Magazin verschießt, ne? Da ist der Clipbutton sofort. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist die Ding. Wenn man jetzt ist... Mittlerweile clippen die alles. Oh, ein Wasser! Ja, das ist ein Operator. Mitt. Ja, das ist ein Operator. Ja. Ich habe zwei Alpha. Oh, jetzt... Geht's auf hier? Nee. Ich werde wieder da rennen. Nice. Ich habe jetzt gesehen, dass... Also, ich weiß nicht, ob ich mir das Messer doch kaufen muss, Crunchy. Nee, ich habe ja noch einen Umzug dieses Jahr vor mir. Ich muss alles neu kaufen. Oh, natürlich. Also, das sind dann 8.000 Euro oder so viel Möbel nur. Eie, eie. Flank, flank, hold my... Hold my hold. I know exactly where you are. Right there. Wave crashing. Oh. Mein Bett. Slow down. Hälfte. Ah! Ah, nice try. Oh, wenn ich die noch gemacht hätte, man. Dann hätte mein Chat bestimmt wieder nicht geklippt. Deswegen habe ich es einfach sein lassen. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss mir gar nicht anstrengend machen. Leidet eh nicht auf dich. Er will nicht effusen. Ist das sein Ernst? Der Chamber refused to... Ja, der... Breaking in Time Waste. Ist das ihr Ernst? Das tut mir so leid. Oh mein Gott. Der Chamber defused einfach nicht, damit die mich schneller verlieren. Ich meine, ich kann es einfach verstehen, weil die 4 gegen 5 spielen mussten, aber... Hm. Weiß ich nicht, ne? Well, aber das ist... Zustand von Ranked aktuell auch. I guess. Ich verstehe auch nicht, warum ich da... Ich habe nur 19 Punkte bekommen gerade, obwohl ich MVP war. Aber wir haben, glaube ich, auch gegen niedrigere Ränge gespielt, ne? Ja.